Am besten gleich. Am besten fangen wir gleich mal mit was großem an. Wir gehen hier lang. Machen wir es mal. Muhahaha! Das hat mir gefehlt. Magisches Auge. Muhahaha! Und sind hier bei dieser gar nicht bedrohlich wirkenden Höhle. Die passenderweise Drachenhöhle heißt. Warum wohl? Feuerresistenz? Dankeschön. Und ich werde hier speichern. Okay. Hallo, Drache! Nein, das ist überhaupt nicht dangerous. Nein. Nimm. Aus dem Weg. Meins, meins, meins. Hier sind auch ein paar Ratten und der Drache konzentriert sich Gott sei Dank vorwiegend auf die Ratten. Das heißt, ihr müsst hier einfach nur durch... Nein. Nein. Nein, kein Grabstein. Nein, nein, nein. Kein Grabstein. Das heißt, ihr müsst einfach nur schnell hier durchrennen. Geht mir aus dem Weg, Ratten. Geht mir aus dem Weg, Drache. Und sehen, dass hier alles einsammelt. Eins. 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 Ist hier noch was? Warte. Uhu. Scheiße! Scheiße! Ich werde mal sehen, wie viel das Heiden kostet. Geh mir. Das läuft nicht gut. Lassen wir es. Scheiße drauf. Das ist doch vollkommen neu für mich, denn normalerweise... Normalerweise sterbe ich nicht bei diesen Drachen. Echt nicht. Ich komme hier immer... Ich werde vielleicht ein paar Mal von den Ratten getroffen, aber normalerweise komme ich da immer raus. Hier muss ich lagen. So. Heiler. Fünfzig. Na gut, fünfzig. Was kann man denn bei dir lernen? Okay, nichts Wichtiges. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Ein Schild eines Mitspielers. Und ein Langbogen. Seine Grace. Lord Markham. Duke of the West. Hey du, da ist so ein riesiger Drache. Du weißt schon, vorherspucken und alles. Was? Es gibt wirklich einen Drachen auf dieser Insel? Naja. Hast du die Höhle nicht gesehen? Oh, ich dachte immer... Oh, ich dachte immer, alle reden nur von diesen Drachenfliegen. Ich werde alle warnen. Okay. Okay, tue das. Gib mir mein Gold. Was habe ich? Ich habe einen Langbogen. Ähm, diesen Langbogen müsst ihr abgeben. Ihr könnt zwar einen schwächeren im Waffenladen kaufen, aber er wird ihn nicht annehmen. Ihr müsst diesen Langbogen abgeben. Ich habe es versucht. Gut, was machen wir als nächstes? Wir haben 1000 Goldmünzen. Bogen. 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 Hast du auch einen Bogen? Oh Mann, der ist ja wirklich teuer. Nimm ich lieber zwei von denen. Denn, wieder mal, ist Bogen extrem wichtig. Damit könnt ihr das spielen. Oh, Schande, sogar das Schild ist kaputt. Kannst du es reparieren? Du kannst es reparieren. Du bist mein Hero. So. Was ist das? Uninteressant. Ich bin nicht sicher, was es ist. Wow. Ich bin nicht sicher, was es ist. Das wirst du nicht schaffen, oder? Hm. Hm. Ich kann es nicht umsetzen. Ich kann es nicht umsetzen. Ja, du bist ein Trottel. Ich weiß nicht. Kannst du den auch identifizieren? Nein. Aber, wie ihr alle wisst, ich setze keine Zauberstelle ein. Ich bin nicht sicher, was es ist. Ja, nimm das mal, nimm das. Hm. Puh. Uninteressant. Uninteressant. Die behalten wir uns. Die ist ziemlich gut. Finde ich klasse, dass ich schon eine gefunden habe. So, weg, weg. Fast. Am ersten Mal. Interessant. Wir identifizieren wir das mal. Hast du irgendwas? Gib mir den Helm. Du kriegst den Helm. Steht hier. Sehr gut. Du kriegst die Handschauer. So. Ambos. Button. 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 Da ist kein Button. Hm. Button. So, und wir haben noch drei Goldmünzen. Wow. Wir sind reich. Wo ist... Hi. Wie geht's? Nein. Ich brauche einen Magie-Händler. Ah, da. Hallo. Ja, du kannst diese ganzen Ringe... Oh, das ist ein Alchemie-Ringe. Oh, das sind sogar spezielle Ringe. Gut, Alchemie brauche ich eigentlich nicht. Das brauche ich auch 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 nicht. Äh, äh. Ich brauche dich. Ah, ich werde sowieso nicht stehlen. So. Thanks, komm wieder! Ähm, was du jetzt? Level steigen? Das wäre gut, oder? Level up. Level up? Sehr gut. Aber ich fänd die Englisch-Version ziemlich cool, die zu geil... THAT'S THE TICKET! Das gefällt mir. Sooo... See anything you want? See anything you want? Lern mal Leder, hm? Dann kannst du die gleich anziehen. Hoppsa. Gut. Ein Anfang. Was haben wir hier? Hier ist noch was. Nein, hier ist nichts. Haben wir ja schon. Feuerassistenz. Was kann man hier lernen? Ich weiß es nicht. Oh. Fallen entschärfen. Fallen entschärfen. Das wäre klasse. Muaha. Gut. Weiter. Uh. Zwei Glück permanent. Hört ihr das? Ich höre Gegner. Ja. Unsere ersten richtigen Gegner. Sind hier. Drachen fliegen. Und wie ihr seht, ist hier eine Menge los auf diesem Screen. Ähm. Wenn wir Monster identifizieren hätten, dann würden wir hier das Meer sehen. Zum Beispiel die Hitpoints. Ähm. Und wenn wir dann Ghostmeister sind, sehen wir die ganzen Resistenzen von diesen Gegnern. Was für Zaubersprüche sie haben, lauter so Sachen. Sind mir eigentlich egal. Ehrlich gesagt. Wir haben nichts getroffen. Ist das richtig? Okay. Kommt her. Kommt hierher. Kommt hierher. Kommt hierher, blöde Drachenfliegen. Klasse. Das war einfach. Ja, ja. Wirst du hier mehr treffen? Danke. Nein. Du entkommst nicht. Du wirst sterben. Wo bist du? Oh mein Gott, das sind viele. Au. 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 Au.